. . . . . . . . . Hi. Oh, Elli! Ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir mit 90 auch noch ein Keksch machen. Sag nichts, 2070 und wir stehen immer noch auf dieser Bühne. Zitter. Du, ich würde sagen, haben wir uns hier einen Schluck Bier verdienen. Ist ein wenig geschüttelt. Oh, aus der Brust. Ja, seit wir die Bühne umgebaut haben. Und jetzt ist sie ja rollstuhlgängig. Ist es auch für uns ein wenig einfacher geworden. Ja, gell. Und wir haben mit dem Kasshumpel, den wir alle mitschleiken für diesen Sketch. Jetzt können wir es wenigstens mal auf die Rollatoren raufbeigen. Ja. Sollen wir denen mal zeigen, was ich in dem Teufelsmaschinen stecke? Ja. Oh, ja. Komm, komm. Komm, wir gehen in die Position. Weil der hat einen Turbo. Sie sind 7500.0. Das heisst, der ist schnell. Bist du bereit? Ja, gibst du uns Zeichen. Ausgebete. Ausgebete. Verdi. Genauso. Hüi! Hüi! Gut, da fängt es. Mit mir hat es fast verblasen. Das Alter hätte man nicht mehr. Das ist streng. Das Alter hätte auch Vorteile. Wenn ich einmal im Park sitze und in die schnittigen Mamis anschaue, dann muss ich einmal zabern. Die haben immer das Gefühl, sie sind wegen dem Alter. Doch. Applaus Auch das Hörgerät hat seine Vorteile. Ja. Weisst du, wenn du nicht mehr so zuhören willst, stellst dich einfach ab. Ja. Ja. Ich habe mich sowieso so eingestellt, dass es nur vom Mittag bis zum Samstag läuft. Nicht wie so da. Am Sonntag kommt die Schwiegermutter. Applaus Ja. Ja. Sogar Der Graustahn hat den Vorteil. Der Graustahn? Ja. Ja, wieso denn der? Ja. Ich muss sehen, ich lasse die Haare nicht mehr anschauen. Und wir gehen mal einen Schritt weiter. Dafür... Dafür läuft es im Bett nicht mehr so. Weisst du? Schon? Ja. Ja. Aber hast du noch kein Viaka Nico 7000.5? Nein. Nein. Ja. Da ist ein Freund. Huren Gerät. Weisst du für was? Für was? Ja. Da bringt dein Kollege da ohne wieder keinen Schwung. Ja. Willst du einen? Ja, gib mir so ein. Ja. 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 Nur ein paar und das. Du. Da gibt doch Schlagsitte. Ja. Da habe ich noch etwas flachgelegt. Ja. 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 Ich bin nach Hause. Weisst du, was das Beste an denen, an denen wir gerade beilen, die Neuen? Was? Die sind jetzt viergegig und nicht mehr rund. Weisst du, warum? Nein. Dass uns alten Kerlen nicht mehr davor ruggeln. Ja, das ist super.